Ich habe dann eine seiner Songs gecovered und mit auf die Platte genommen und es heißt Do you really want to hurt me? In diesem Zusammenhang. Kann mir jemand vielleicht ein stilles Wasser mit Strohhalm geben? Ja, kann ich sein Bier haben. Ohne Strohhalm. Ah, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Konzerts gekommen. Ohhhhhhh. Ja. Hey. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017